Da geht es nach Hintern aus Waldkrimshof. Da sind wir auch schon einmal gewesen. Das ist, glaube ich, dann die Rückseite, die Habsburger Haus, glaube ich. Der Hoyoschensteig. Aber da sind wir nicht drauf gegangen. Aber es war ziemlich schöner, geradeweg. Wir sind hier Höhntal, rechterhand die Schwarzer. Das kleine Pampel rechts von uns ist das Schneebergmassiv. Links Irax merke auch ich mir. Sehr schön, sehr schön. Naja, für den Viertergang geht auch. Aber überraschend, gell? Alle freien Plätze waren hunderte Autos. Ja. Ich glaube, man kann nicht. Ich habe mich vorgelassen. Damit die jungen Männer den Kurvenrhythmus nicht verlieren. Das Seegewerk muss das sein. Sehr, sehr schön. Ja, ja, ja. So drei Minuten. Einfach das Hasengenuss. Durchs Höllental, ah, da sind zwei Häuser oben gewesen, da ist eine Siedlung, ein drittes Haus, da ist ein bisschen freie Fläche, ein viertes kleines Haus, ist aber unbewohnt. Ich glaube, Vegetation ist hier nur sehr wenig, weil durch dieses Tal hat man wenig Sonnenflächte. Oben am Berg ist viel Sonne, aber da hat man im Tal nichts davon. Das heißt, hier können früher nur Holzknechte gelegt haben, weil Viehwirtschaft, glaube ich, war hier nur sehr, sehr eingeschränkt. Gutenstein, na gut, dann biegen wir halt dort nach rechts ab, okay? Was sagst du? Machen wir, das ist der kürzeste Weg, ja auch noch die Einfahrt nach Gutenstein und dann bitte ausschauen. Ja, hier ist dann zu Ende für uns das Höllental. Dankeschön, war sehr, sehr schön. Ach so, da geht's schon rein, sowas. Klostertal. Okay, danke.